Bürger der Föderation, ich grüße euch. Ja, die Föderation ist weiterhin am wachsen. Es laufen Beitrittsverhandlungen mit Cestus III. Ansonsten sind wir eigentlich gut aufgestellt. Flotten, das läuft. Da werden wir demnächst in den Umbau starten. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Gebiete hier unten noch ausbauen. Weiter festigen. Wir haben eine diplomatische Mission gestartet nach Cestus. Wir haben unsere Sektion 31. Wurde von uns beauftragt, vielleicht die ein oder anderen Daten über Technologien unserer Nachbarn, die sie eh mit uns sicherlich teilen würden, einfach mal auszuleihen. Sektion 31 führt dazu Aktionen bei den Klingonen, Romulanern, Ferengi und Schelyak durch. Ach nee, Ferengi ist wieder was anderes, komme ich gleich zu. Also Schelyak, Romulaner, Klingonen, dort sichern wir uns einen Technologieaustausch einseitiger Natur in unsere Richtung. Bei den Ferengi arbeiten wir dran, dass wir Gefallen erwerben können. Werden wir noch später brauchen. Spionageoffizier Anne Billingsley hat einen Bericht über Operationen Technologiestehlen eingereicht, die in Schelyak-Kooperation durchgeführt wird. Offenbar sind die Schelyak-Kooperationswissenschaftler und Techniker so weit fortgeschritten, dass sie unsere eigenen Experten verblüffen. Sie behaupten, die zugrunde liegende Technologie weiche stark von unserer eigenen ab. Das bedeutet, dass die daraus resultierende Hardware nicht mit unseren kompatibel wäre, selbst wenn wir irgendwie ihre Forschung stehlen könnten. Spionageoffizier Anne Billingsley schlägt vor, dass wir unsere technologischen Geheimnisse besser anderswo aneignen. Okay. Wir können von den Schelyak nichts gebrauchen. Dann werden wir hier mal... ...Freibeuter bewaffnen. Wir sorgen mal ein bisschen für Unruhe im Gebiet der Schelyak. Kann ja nicht schaden. Finde ich auch sehr nett. Die Talarianische Republik hat das Koalitions-Associations-Angebot angenommen worden. Wir haben jetzt Assoziations-Status. Ach, sehr schön. Das ist doch ein Träumchen. Ein wahres Träumchen. Hier haben wir die Gardeflotte. Hier haben wir die Enterprise B. Die kann auch mal zum Upgrade. Sehr schön. Wir sind ja dabei, sie vorzubereiten auf eine Mitgliedschaft. Und sie sind halt auf dem Weg, perfekt dafür zu werden. Hätte ich halt gerne in der... ...Föderation. Und wenn wir hier Zestus 3 haben, dann haben wir auch hier diese Lücke geschlossen. Ich hätte gerne die Freien Eredianer noch drinne und die Regidianer. Ich hier diese Lücke irgendwann mal in die Föderation. Obwohl, könnte wäre das super. Ach, Zulu, sehr schön. Hat auf Zestus 3 eine hervorragende Leistung abgeliefert. Alles super. Alles bestens. Du kannst hier jetzt zu deiner Station. Pellon 3. Sieht alles super aus. Bin begeistert. Wir haben auch starke Flotte noch in der Hinterhand. Natürlich, Data. Komm. Einmal kriegst du. Rein aufs Prinzip. Er bräuchte es nicht. Er ist sicher gewählt. Aber Data kriegt einmal Unterstützung. Man muss ja öffentlich sagen, dass man immer noch an ihm festhält. Kommandant Geilja ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Haltet es traditionell. Das ist unser Weg. Bin fasziniert. Keine Ahnung, wer das ist. Deep Space Station 1 hat gar keinen Kommandanten. Hier, da kannst du hier deinen Lebensabend verbringen. 93 Jahre alt. Was schon. Können wir mit dir machen. Eigentlich müssen wir die Station auch mal wieder upgraden. Eigentlich schon. Haben wir unten noch ein Gebiet, was wir uns sichern können? Nee. Brauchen wir mal einen Beobachtungsposten. Ach, Transportflotte 6. Die gibt es ja auch noch. Habe ich ja komplett vergessen. Und dann gucken wir mal. Den haben wir denn ganz junges. Lorid. Abrennen. Hau rein. Das ist so ein Posten, die werden wir wahrscheinlich nie. Der wird wahrscheinlich keinen Kampfeinsatz mitmachen. Aber hey, was wir haben, haben wir. Sag ich mal so. Hier bauen wir ja die ganzen Stationen aus. Regenerative Schilde 5 haben wir entwickelt. Komm, nehmen wir mal kybernetisch. Die nehmen wir mal kybernetisch. Normalerweise möchte ich sagen, komm, wir greifen mal die Romulaner an und befreien ihre Untertanen. Wir haben hier drei Flotten. Die gerade Flotte kann verbessert werden. Äh, ja, dankt ihm eine Öffentlichkeit. Aber wir werden erst mal Zestus 3 aufnehmen. Ach, sehr schön. Wir haben jetzt auch hier unsere Station. Hawking Observatorium. Detektionsverlangs. Defensivkanonen. Langsposition brauche ich nicht. Äh, ja, komm. Versorgungsschiffe. Bisschen Handelsschutz. Auch hier Detektionsverlangs. Wissenschaftszentrum. Ach, das war gerade das, was wir haben. Nu, wir gehen es. Auch hier Detektionsverlangs. Werden wir aber Solarmodulnetzwerk bauen. Wissenschaftszentrum. Und Verteidigungsnetz. Ja, hier Gamma Pavonis haben wir auch noch offen. Auch hier Detektionsverlangs. Ich will wissen, wenn die Romulaner hier drüber machen. Hier will ich allerdings in Richtung Handelsschutz gehen. Dann haben wir noch Verkehrsregelung. So. Haben wir das. Haben wir hier oben die Station, äh, hier nämlich so eine Art Verteidigungsreihe aufgebaut, die zumindest orten kann, wenn wir von den Romulanern haben, was kommt. Und sowieso Minimalschutz ist, um Zeit zu geben, dass wir Flotten ranführen können. Sehr schön, unsere Flotten sind aufgerüstet. Ja, es geht voran. Komm, wir schicken mal mehr Diplomaten rein. Es muss sein. Äh, Tradition verfügbar. Erlassfonds plus 100, Vertrauens-Obergrenze plus 25, äh. Reichsgröße von Bewohnern, uh, also Erlassfonds erstmal und dann Reichsgröße von Bewohnern minus 10%. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Bewohnern machen plus 109. Das ist schon beachtlich. Kann alles nur vom Vorteil sein. Das Gute ist ja, Zestus 3 wird nicht direkt zum Gebiet gezählt, sondern nur als Untertanen quasi. Forschungsalternativen plus 1. Oh ja. Leider wurde die zerfallene Umlaufbahn der Kapsel falsch berechnet und trat früher als erwartete die Atmosphäre von Landes 1 ein und brannte auf. Äh, Kraftstofflagertank seine Außenseite der Kapsel, die während des Abstiegs beschädigt ist. Ganzes, äh, sicher, ja, toll. Wollte ich auch nicht weiterlesen. Sehr ernüchternd. Tag des ersten Kontakts. Es ist ein Fest. Es ist ein wahres Fest. Da haben wir, da haben wir noch nichts. Wollen wir da mal einen Beobachtungsposten. Ja, was machen wir denn mal? Was können wir denn mal machen? Verbessert mal die Beziehung zu... ...Karlasianische Union. Wir müssen aus dem ewigen... Ja, sehr enttäuschend. Oh, das Signal, das wir abgefangen haben, war ein Notruf von einem Schiff im Orbit um Landes 5. Das Schiff gibt keine Wärmesignaturen ab und scheint zu driften. Gleich mal raus. Das ist ein Spezialprojekt. Ach, das war ein Versuch. Wir haben einen Versuch gemacht. Erforscht das Projekt. Wir haben einen Versuch gemacht. Leider Beziehung zu Kathasianer nicht verbessert. Also werden wir dann irgendwann doch mal mit der harten Hand da rein marschieren. Nochmal. Schon wieder. Aber... Ja, da kann man halt nichts ändern, ne? Manche Kriege sind dafür da, um geführt zu werden. Die Besatzung des verlassenen Schiffes wurde tot aufgefunden. Viele von ihnen aufgrund eines Versagens der Lebenserhaltung. Aber andere handelten in ihren letzten Momenten scheinbar selbstmörderisch. Einige Mitglieder unseres Außenteams haben begonnen, sich bei ihrer Rückkehr seltsam zu verhalten. Und der Wissenschaftler Spock hat in einem der Scans der Toten etwas entdeckt, das wie ein Gehirnparasit aussieht. Erforscht ein Heilmittel. Gut, das ist kein Spezialprojekt. Das ist schon mal gut. Anomalien haben wir einmal. Da kann man Joseph M. Benger draufsetzen. Im Zuge der Kategorierung der Oberfläche dieses Mondes wurde eine merkwürdige Bergformation in der südlichen Hemisphäre identifiziert, die sich anscheinend nicht auf natürlichen Wege gebildet hat. Hau rein. Hier, Platz 1 ist Dominion aktuell. Und wir sind Platz 11. Uiuiuiui. Da müssen wir noch größer werden. Dominion ist hier oben gerade. Am Ausdehnen. Wir haben übrigens jetzt dadurch, durch unsere diplomatischen Kontakte haben wir uns kräftig ausgedehnt. Deswegen ist es auch wichtig. Trotz des Wahnsinns auf dem ganzen Schiff gelang es dem Wissenschaftler Spock ein Heilmittel zu synthetisieren und es im gesamten Ventilationssystem des Schiffes zu verteilen. Nachdem der Notfall vorbei ist, hat das Außenteam vorgeschlagen, dass die unbeschädigten Sensorprotokolle des Wracks verwendet werden könnten, um seine Herkunft zu verfolgen. Hervorragend. Deswegen auch der Kontakt zu den Ferengi. Ich würde die halt schon gerne irgendwann mal... Ja, natürlich Migrations... Wir hatten noch kein Migrationsabkommen. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? So, wir bringen euch jetzt in Position. Und wir wollen hier auf Romulus gehen. Das heißt, wir werden euch hier platzieren. Bei der vermeintlichen Bergregion in der südlichen Hemisphäre von Rounds 3a handelt es sich in Wirklichkeit um die gewaltigen skelettierten Überreste einer einzelnen polossalen fremden Lebensform. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass auf Rounds 3a zu irgendeinem Punkt der Geschichte des Mondes Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen ist. Wissenschaftsoffizier Joseph M. Benger hat ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet, um diesem Mysterium weiter auf den Grund zu gehen. Faszinierend. Wir werden hier oben mal... Ich lasse mal mit dich angreifen und ihr zwei könnt hier oben die Systeme... Wir müssen ja auch dran denken, dass sie den hier runtertan. Das heißt, da besteht Gefahr. Und ihr könnt automatisch agieren. Kann ja nicht sein, dass ihr da Rumlungen habt. Was soll denn die Scheiße? Kann ja nicht wahr sein. Kriegst ein Upgrade? Wir werden für hier oben auch noch eine Grenzflotte bauen. Äh, neue Shuttle werden wir bauen. Ja, damit das hier schneller geht, bin ich hier bei Einfluss im Minus. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dauerhaft machen lassen. Nochmal die Flöte erklingen. Flöte ein. Wir sind eh im Krieg mit den Klingonen. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, Leute. Aber warum haben wir hier oben nicht auch eine Werft gehabt? Ein besser oder klasse? Oh ja. Das bauen wir mal. Wird hier oben in Saabic. Das wird noch eine Grenzflotte. Drum mit den Zinti ein bisschen, ne? Bauen wir hier auch mal ein paar Verteidigungspots. Äh, Repsom. Continuo. Einen nehme ich immer. Wir werden hier mal die Verteidigung ausbauen. Einfach nur, damit wir was getan haben. Hier natürlich, das ist, das System ist eh unser Brecher. Hier ist alles vereint, was Macht hat. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir die große Flottenwerft. Können wir euch zwei nochmal verbessern. Also da können wir richtig reinhauen. Also hier wird produziert ohne Ende. Das ist also der Ausgangspunkt für alles. Ja, die Gardeflotte muss da nochmal hochkommen. Wir haben ja überall verteilt auch unsere Grenzflotten. Ja komm, wir gehen mal auf die Sorgen ein. Wir gehen auf Pause und fahren das jetzt hier runter, weil wir jetzt hier oben ein bisschen im Limit sind. Ja, Shuttle ist jetzt raus. Wir haben die neuen Shuttle-Typen. Jetzt erhöhen wir mal die Sternenbasen-Kapazität. Erstmal gucken. Shuttle hingen wir halt weit zurück. Ach komm, wir holen uns erstmal die neuen Shuttle. Klein Vieh macht auch Mist. 13.400 Kampfstärke. Ja, wenn die Flotten in Position sind, werden wir unseren Angriff auf die Romulaner starten. James T. Kirk, natürlich Flottenadmiral. Und hier Panzerung und ein Verteidigungsnetz und wird verbessert, wenn alles gebaut ist. So, wie lang braucht das Schiffchen? Nur noch 1055 Tage. Das ist ein Schnapper. Das ist ein echter Schnapper. Hier können wir mal ein bisschen verkaufen. 2.500. Ach komm, wir verkaufen mal ein bisschen mehr. Wir verkaufen mal 10.000 Nahrung. Wir kaufen Legierungen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Nochmal Legierungen. Jetzt hier nochmal verkaufen. So, sehr schön. Dann stehen wir bei allem ganz gut da. Haben auch Legierungsvorrat. Ach, zwei Forschungsschiffe wieder. Ja, wir haben kaum was, was wir erforschen können. Forschung abgeschlossen. Befehlszimmerflotte plus 50. Uh. Tratienproduktion plus 100%. Das ist gut. Hier werden wir... Forschungsschwindigkeit plus... Äh, Physik plus 5%. Ja, wir gehen ja da ein bisschen weiter in die Kybernetik rein. Hier sind die Flotten auf neuen Stand. So, sind im System. Jetzt können sie noch zur Station. Und sie sind im Orbit der Station. A strong empire beginnt. Hm. Führt Krieg, um jene Untertanen von ihrem derzeitigen Lehnsherrn zu befreien, die uns ihre Treue... äh, die uns die Treue gesporen haben. Unsere Verbündeten haben 32 Ansprüche, die wir vom Gegner und dessen Verbündeten zu erobern. Oh, ja. So. Gironiten. Ich weiß, die Aufnahmeverhandlungen laufen noch, aber das dauert mir alles zu lang. Sehr schön. Wir sind im Krieg. Äh, wir müssen das auch nutzen. Die Klingonen sind im Krieg mit ihnen. Wir sind jetzt im Krieg mit ihnen. Das muss genutzt werden. Bolarus. Attacke. Grenzflotte, Gardeflotte. Angriff. Hier haben wir zwei Flotten. Angriff. Ach, ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Hier haben wir noch eine Flotte. Die kann mit angreifen. So ein Träumchen ist das. Gerade die Gardeflotte will ich im Gefecht sehen. Unsere fortwährende Studien der gewaltigen skelettierten Rüberreste auf Rounds 3a haben nun einige Rückschlüsse darauf ergeben, wie die Kreatur auf dem Mond geendet ist. Äußerst schwache Restenergie-Messungen weisen darauf hin, dass in Richtung der Rückseite des Skeletts kurzzeitig eine Art von Dimensionsportal bestanden hat. Wissenschaftler Joseph M. Banger hat die Theorie aufgestellt, dass die Kreatur dieses Portale aus einer anderen Dimension durchquerte, nur um in der feindlichen Umgebung von Rounds 3a ein schnelles Ende zu finden. Warum sie das tat und woher sie kam, das sind Fragen, auf die man wohl nie eine Antwort finden wird. Erstaunlich. Ach, sehr schön. Wir greifen hier oben an. Und... Ja, das ist sicher. Und das müsste auch sicher sein. Ich will aber die Gardeflotte im Einsatz sehen. Sehr schön. Dann kann hier nämlich die... eine Flotte verbleiben. Die Gardeflotte greift jetzt hier weiter an. Hier zwei haben Bolarus. Sieht's aus mit Bodentruppen. 1205. Das heißt, die... Nee, die Enterprise B. Ach, komm. Haben wir die zweite Föderationsflotte. Die lassen wir mal Bolarus angreifen. Die Enterprise B. Und die Föderationsflotte... Komm, stecken wir nach... Gamma... Tuka... Ja, ne? Genau. Lassen wir da ein bisschen angreifen. Hier können wir eigentlich die Grenzflotte... hier Dephron angreifen lassen. Das System haben wir. Die Grenzflotte nehmen wir raus. Hier greift hier an. Ja, weil die Gardeflotte ist stark genug. Alles im Eilverfahren platt zu machen. Ich will mir eine... Wie eine Fräse da reingehen. Und ich will Romulus. Ja, meine Flotten... Aufräumen. Ein System nach dem anderen holen. Und Verluste ist nicht dramatisch. Das kann immer mal vorkommen. Wichtig ist, dass wir danach mit modernen Schiffen auffüllen. Können wir mal gucken. Wir haben hier die fünfte Grenzflotte. Da führen wir jetzt... neu zu. Hier kommen Mirander. Das ist eine Grenzflotte. Da können wir ein paar Miranders reinballern. Ich glaube, das ist ganz gut. Das reicht auch für die Flotte. Hier haben wir zweimal Constitution drin. Die sind aber nur in der rückwärtigen Raum eingesetzt. Wir nutzen halt den Krieg quasi zum Upgrade unserer Flotten. Jetzt könnt ihr zwei hier angreifen. Sieht es bei dir aus? Oh. Wird zusammengeschossen. Hier unten. Ja, das sieht gut aus. Wir haben aber auch alles eingenommen. Ja, Verluste damit ist zu rechnen. Aber... Das ist alles okay. Äh, expandiert die diplomatische Reichweite. Iridianische Liga, mittlere Intensität. Meine Güte. Also hier die Station wird angegangen. Hier... Haben wir alles eingenommen. Und die Flotte hin. Ach da. Mein Gott, wenn man es nicht, ne? Manchmal muss man es echt auf den Augen haben. So, da bombardieren wir da nämlich. Hier müssen wir mal... Äh, jetzt müssen wir nochmal durchgucken. Flottenverwaltung. Wir haben ja genug. Ach, jetzt habe ich mich... Hier. Da wollte ich hinklicken. Bitte. Ja, können wir rausnehmen. Guck mal, eins rausnehmen. Schiff hinzufügen. Äh, besser oder klasse? Guck mal, kriegst du sogar zwei. Heute meine ich es gut mit dir. Gerade Flotte hat noch keine Verluste gemacht. Hier läuft der Ausbau. So, wir gleichen jetzt halt... Im Endeffekt nur die Verluste aus. Wirtschaft etablieren? Ja. Wir haben Forschung abgeschlossen. Fortschritte im Gesundheitswesen. Das ist ganz wichtig. Der Bevölkerung muss es gut gehen. Delta Flyer Prototyp. Oh ja. Will ich haben. Will ich haben. So. Hier läuft der Kampf. Ja, da müssen wir Verstärkung reinschicken. Sobald ihr fertig seid... Ey, die ziehen wir zurück. Das war mit der einen kleinen Grenzflotte anzugreifen. Das war ein bisschen übermütig. Die ziehen wir zurück. Unsere Bemühung zur Verbesserung der Beziehung mit den Eredianischen Liga hat Früchte getragen. Sehr schön. Ja, das hier ist noch ein harter Kampf. Auch hier kommen. Rückzug, Rückzug. Das hier ist auch ein bisschen übertrieben gewesen. Wir haben hier. Wir haben hier unsere eine Flotte. Das ist unser... Die Gardeflotte. Das ist unser Kern. Mit dem müssen wir arbeiten. Da müssen wir zuschlagen mit. Ich will hier Bolarus haben. Wie sieht es aus? Truppenstärke. 660. Wir können bald unsere Landungstruppen dort unterbringen. Oh. Oh. Gott Koch Back, den wir auf seinen Altersruhersitz auf Deep Space One gebracht haben, ist leider verstorben. So, wir haben hier die zwei Flotten. Da werden wir jetzt mal da weitermachen, wo wir hier unten aufgehört haben. Und das System angreifen. Guck mal, von den Romulanern eine Flotte. Äh, da werden wir dann hier unseren Plan ändern. Ne, wir werden hier die Grenzflotte entsenden und ihr werdet weiter dorthin. Genau. Sind wir ja eigentlich relativ sicher. Dann wäre ich auch mal hier. Für Sicherheit die Flotte hierhin entsenden. Ich kann ja meine Verbündeten dort unten nicht so im Stich lassen. Das geht ja gar nicht. Die Flotte, die ist halt auch zu nichts groß aktuell zu gebrauchen. Die ist mehr defensive. Sieht's aus. Romy. Sieht's aus. Sehr schön. Dann können wir endlich Romulus angreifen. Pause. Und hier werden wir... Ich entwickle eine Gesellschaft. Hier, damit erhöhen wir die Einigkeit. Und wie der Angriff auf Romulus ausgeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank für's Zusehen. Lebt lang und im Frieden. Und... Ja. Gute Burger. Haut rein. Ich sage jetzt mal ein paar Hldein. Untertitelung des ZDF, 2020